Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer. Ja, Maskenpflicht, Nötigung, Senioren lahmgelegt, Menschenfolter, Traumata. Ach Gott, es ist wieder ganz viel im Hauptfilm sich anzuschauen. Könnt ihr dann gerne tun bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WEDnewsTV aufrufen, den entsprechenden Link kopieren. Ab in die Browserzeile damit und dann sehen wir uns und hören wir uns vielleicht gleich wieder. Tschüss.